So, und damit herzlich willkommen zurück hier auf dem Kanal von Team Praktum Digitum. Heute wieder mit meiner Einladung, dem Onkel Herr Neue, und es geht weiter mit Blitzkrieg 2. Ja, ich habe mich umgesetzt. Ich sitze jetzt hier, wie man sieht, und ich habe die Musik etwas lauter gemacht. Ich habe nämlich gehört, man hat die Musik und so nicht sehr gut gehört bei der ersten Aufnahme. Tut mir leid, aber ich wollte das Video jetzt ungern neu aufnehmen. Sei es drum. Ja, gut, wir machen weiter. Wir gehen in die nächste Mission. Wir gucken erst mal hier rein bei unseren Jungs. Ja, hier, er hat ordentlich gerückt in der letzten Mission oder in der ersten 99 Mann gefallen. 382 ausgeschaltet, die Sturminfanterie hat gar nichts geleistet. Gut, wir wurden nicht befördert, das heißt, wir können noch keine Panzer unter Kommando stellen. Da wäre jetzt die Frage. Der Fisch am Fass? Im Fass? Am Fass. Was macht ein Fisch am Fass? Äh, der länger werdende Schatten? Oder der Keil von Pundak? Den würde ich aber gerne noch nicht spielen, weil ich hätte gerne erst die Panzer befördert. Deswegen hätte ich gesagt, lassen wir die Japaner nochmal kommen in die Nähe von Manila. Ja, und wir machen der länger werdende Schatten. So hätte ich gesagt. Hier sieht es so aus, kurz vor der Beförderung stehen wird. 100 Mann verloren, 435 ausgeschaltet. Bevorzugt der Truppenteil, Hauptinfanterie. Und hier sind unsere schniegen Orden. Gut. Gehen wir rein. Der länger werdende Schatten. Feuer frei. Der Prototyp unseres neuen mittleren Panzers wurde während des Testlaufs im Dschungel beschädigt. Und als ob das nicht schlimm genug wäre, haben die schnell voranschreitenden feindlichen Truppen ihn auch von, noch von unseren Stellungen abgeschnitten. Wir lassen kein unserer Männer zurück und werden dem Feind auch nicht erlauben, unsere wertvolle Ausrüstung zu erobern. Wir müssen in dieser Rettungsmission den Panzer und seine Besatzung zurückholen, bei der Reparatur helfen und die Einheit zu ihren neuen Posten eskortieren. General Douglas MacArthur. Retten Sie den Experimentalpanzer, der hinter den feindlichen Linien eingeschlossen ist. Säubern Sie die Straßen für die Pioniere bis zu dem Panzer und eskortieren Sie ihn danach in Sicherheit. Gut. Zack. Zack. Sturm, Infanterie, jede Menge. Vier Trupps, zwei Trupps. Gut. Rücken erstmal vier Trupps vor, zwei behalten erstmal in Reserve und unsere Reserve-Reserve rufen wir dann, wenn es nötig ist. Geht ihr bei irgendwas am Quietschen? Lass euch mal ein Stück zurückfallen und weiter. Vielleicht nicht so auf so einem Fleck. Panzer! Feuern! Okay, wir brauchen doch die Verstärkung. Quats! Weg mit dem! So, Leute, knallt die ab. Ui! Okay, in Sturmaufstellung und Angriff. Los, Angriff. Wir wissen, ob da noch was Wichtiges ist bei der japanischen Base. Wow, wow, wow. Gewitter. Wow, in Neuss. Ui! Artillerie! Und Panzer! Wo sind meine Verstärkungen? Wo bleibt ihr? Seid ihr wahnsinnig? Ui! Macht die weg! Gut. Drückt vor und erobert die Stellung, bitte. Ja, genau. Was kommt da an? Pionier oder was ist das? Leute, lasst euch doch nicht überfahren. Seid ihr des Watzes? Was macht ihr denn? Und durch die Stellung. Und zack. Gut. Stellung einmal erobert. Schlüsselpunkt eingenommen. Missionsziel erfüllt. Nehmen Sie den strategischen Punkt ein. Missionsziel erhalten. Säubern Sie die Straße. Unsere Verstärkung kommt. Gut. Ihr seid die einzigen Überlebenden. Du besetzt mal bitte die Artillerie. Die hätte ich gerne. Auch wenn ich sie wahrscheinlich nicht großartig brauche. Aber einfach mal besetzen. Was wir haben, haben wir. Oh, da stehen irgendwelche Vorräte. Da könnten auch Truppen beistehen. Also kontrollieren. Nicht, dass wir hier irgendwo... Da. Feuer. Oh Gott, wir haben im GES. Haben wir auch im GES. Natürlich nicht. Feuermänner. Sehr gut. Das hätten wir. Da steht der Experimentalpanzer. Ganz schönes Ungetüm. General Grant. Mittlerer Panzer. M3. Pioniere, beruhigt euch. Hm. Neue Einheit unter ihrem Kommando. Und zwar der neue Panzer. Äh, und erhalten. Was ist hier los? Ui. Okay, wir werden beschossen. Hier ist irgendwo ein Scharfschütze. Das lassen wir mal bitte den Panzer machen. Der ist schneller. Wo ist die Mist-Sau? Komm, fahr, 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 fahr. Da haben wir Infanterie. Drück. Und weg. Vorfahren und DMG räumen. Und Stellung einnehmen. Hey. Hier werde ich helfen. Weg. Was zum... Alter, wo kommen die ganzen Japaner her? Weg. Irgendwo ein Nest. Da bist du. Weg mit dir. So. So. Weg mit dir. Ah. Da. Und weg. Alles klar. Such mal hier mal noch kurz ab. Alles klar. Keine Scharfschützen mehr hier. Hier. Okay, ihr habt noch einen Offizier dabei. Gut. Dann kann ich euch ja quasi... ...in Anführungszeichen opfern. Kommt mal mit. Weil hier vorne sind tschechische Igel. Und da wollen wir doch mal gucken. Wahrscheinlich haben die Japaner da doch wieder irgendwas aufgebaut, das unserem Panzer gefährlich werden könnte. Vor allem bringen sie den Panzer in Sicherheit. Anstatt man ihn einfach hier runter zur Hauptbasis fährt und von da aus weg schafft. Nö, das wäre zu... Das wäre zu einfach. Man will ihn lieber hier irgendwo durch die Pampa irgendwo hinbringen. Macht Sinn. Ja, spekulieren wir mal. Oh, Leute. Gewitter. Da. Was habe ich gesagt? Stellungen. Das ist nicht zu knapp, wie es aussieht. MGs und... Kann der Panzer auch hierher fahren? Dann würden wir den nämlich schön hier in die Seite reinhämmern. Schauen wir mal. Aber da ich auch nicht weiß, was die hier bei diesem... Tempel... Pagoge... Pagode? Pagoge? Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Weiß ich nicht, was die da haben. Dann... Picken wir da doch mal ein bisschen Infanterie hoch. Erstmal. Ja, weil hier von vorne angreifen... Ich glaube... Nee. Kann ich auch hier einfach her und dann bin ich da? Ich glaube, kann die Infanterie schon da hin? Ich glaube auch nicht, oder? Oh Gott, Mörser. Okay, Bewegung. Weg mit euch. Okay, da in der Hütte sind welche. Bring den Panzer hier hoch. Wo ist er? Du kriegst mal eine Nummer. Haben wir es? Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Okay, wir haben es doch noch nicht. Feuer! Feuer, Feuer, Feuer! Nicht auf die Hütte, auf die Soldaten! Oh, wie viele MGs hast du? Drei. Wollen wir die Mörser mitnehmen? Ja, komm, die nehmen wir mit. Hier, ihr. Kommt mal bitte in Marsch-Formation hier runtergeflitzt. Nehmen wir die Mörser mit und geben denen mal saures von der Seite. Hier, könnt ihr hier hinlaufen? Wäre ja auch zu einfach gewesen. Gut, Panzer haben wir in Stellung. Können wir den gleich schön in die Flanke reinbrechen? Hinterhalt. Stilt. Ach, der muss still stehen. Okay, schade. Ja, wir holen uns noch einen Trupp Infanterie, sonst wird das nichts. Ja, wird wahrscheinlich schon was, weil der Panzer gut reinrotzt, aber Infanterie soll ja auch was machen. Aha! Weg mit dem, bitte schnell! Geist scharf schützen. Waren schon immer unsympathisch, wenn sie nicht auf der eigenen Seite sind. So, US-Sturmtruppen 1941. Hatten die wirklich 41 so schlechte... Ja, ich will nicht sagen schlechte Ausrüstung, aber wirklich keine im Geser nichts dabei? Kann ich mir gar nicht so wirklich vorstellen. Was ist der Plan, Chief? Ja, ist ja auch nur ein Spiel. Ähm, nein, ihr bleibt bitte frisch, der Trupp. Ihr seid auch noch ein Sechser-Drupp. Was bist du? Du bist ein Fünfer-Drupp. Gut, ihr kriegt schon mal das und ihr holt euch die andere. Äh, ja, ihr... Warum lauft ihr, als wenn ihr schwanger wärt? Ihr müsst einfach nur hier die Mörser bitte holen. Oh, ich liebe dieses Geräusch. Noch schöner wird's wirklich später in der deutschen Kampagne, wenn die Tigerpanzer da sind. Dieses Kettenquietschen, das ist so geil. Liebe ist. The bad guys. So, vorwärts. Und was halt auch schön ist hier bei dem Spiel, äh, hier die Amerikaner reden jetzt Englisch, die Deutschen reden Deutsch, die Russen reden, reden Russisch. Das ist halt schon geil. Also, es sind so Kleinigkeiten, anstatt jetzt da alle Englisch reden oder alle, oder alle Russisch oder, oder, oder. Oder, oder, oder. So, rücken wir mal langsam vor. Hier in Sturmaufstellung, hier in Standardaufstellung. Äh, ihr bitte auch mal in Standard und dann mal langsam vorwärts. Mal gucken, ab wann die schießen können. So, kommt ihr soweit? Jo, die kommen soweit. Geil. Oho, bap, bap. Gut, Panzer vor, Infanterie hinterher. Feuer in die Flanke. Solltest du ihn doch wegmachen. Hör mal bitte auf zu schießen, das machst du gleich unseren Panzer kaputt. Und langsam zurückrollen. Wegholzen. Infanterie vor. Hey! Mein Mörser-Trupp. Na ja. Sei es drum vorrücken. Aber wir können nicht mehr. So, auf zu Heldentaten. Wir sind bereit. Nein. 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 Dieter. Nein. In Sturmaufstellung bitte, dann legt ihr euch nicht immer hin und verlangsamt. Oi. 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 Zurück lasst den Panzer das machen. Weg mit dir, du kleines Spielzeugpanzerhirn da. Nächster bitte. Ha. Schon wieder so ein Lump. Weg mit dir. Hier, Fress. Geschwurz. Okay, und vorrücken. Quietsch, quietsch, quietsch. Äh, wie das Scharfschützen haben die hier in Stellung? Ja, wenn das jetzt auch wieder geschafft ist, dann haben wir auch wieder zwei Trupps gespart. Das heißt, wir haben schon mal vier Trupps gesamt gespart für die Hauptmission. Bitte einmal alle wegpusten. Tschüss, danke schön. Oh, MG, 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 MG. Zack, und weiter vor. So, du haust rein. Und erledigt. Kortieren sie den Panzer. Mission erfolgreich. Sie haben den nächsten Rang erreicht. Wir sind jetzt Käpt'n. Schön und schön. Käpt'n Hanoi. Sie macht sich mal einen verloren. 152 ausgeschaltet. Aber noch gar nicht geguckt. Stimmt. Ich heiße ja Hanoi hier. Gut, neuer Truppenteil-Bomber und Upgrade für Truppenteil-Hauptinfanterie. Ach ja, da gab's jetzt GMG dazu. Manuell befördern. Und ja, es gibt keinen großen Vorstoß. Wir befinden uns schließlich... Ja, die Japaner sind am Drücker. Und jo. Fördern wir noch schnell. Auf je... Oh, ja. Hauptinfanterie. Was habt ihr vollbracht? Ach ja, das hatten wir ja vorhin schon gesehen. Das sah ja schon ganz gut aus. So, ihr habt aber gerade den Hauptanteil getragen. Ja, gut. Hauptsache mehr... Äh, mehr ausgeschaltet wie verloren. Gut. Einmal die leichten Panzer hätte ich gerne befördert. Kuh, Kuh. Bist du ein Panzerfahrer? Siehst du aus wie ein Panzerfahrer? Nein. Nein, du bist Artillerie. Nein. Ja, ja. Du, du, du siehst aus wie ein... Walker. Walker. Du siehst aus wie ein... Ja, du bist Panzerfahrer. William? Ja, du bist auch eher ein Panzer-Dude. Immer noch Artillerie? Äh. Weiß nicht, wo du zugehörst. Alex? Nein. Kuh? 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 Kuh, bist du ein Bomber? Bist du ein Bomber, Kuh? Ah, dich sehe ich nicht. Ah, ich glaube, ich weiß schon, wo ich dich sehe. Ich glaube, den... Ja, den sehe ich irgendwie bei den Fallschirmspringern. Ja, du, du bist ein Bomber. Du bist ein Bomber. Du bist Bomber. Rob McCord. Ja, du bist ein Bomber. Sowas von. Ja, so machen wir es. Lanzen, du bist... Ja, gut. Alles klar. Befördert haben wir. Alles finito. Wunderbärchen. Dann hätte ich gesagt, wir sehen uns bei der nächsten Folge... ...des Blitzkrieges. Bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da. Schreibt was in die Kommentare, falls ihr irgendwas habt. Ja, und damit macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020